Mit einem Fingerklick navigieren, spurgenau ein Auto verfolgen ohne selbst zu lenken, eine Tür, die wie von Geisterhand aufgleitet. Der F800 Style sieht zwar von außen aus wie ein ganz normaler Mercedes-Benz, hochmodern und schnittig in der Form mit klassischen Features, doch innen versteckt sich nicht nur elegantes Design. Das neue Forschungsfahrzeug von Mercedes-Benz ist vollgestopft mit technischen Innovationen. Den F800 Style gibt es als Multi-Antriebsplattform, das heißt mit einem Plug-in-Hybrid-Modul oder mit einem Brennstoffzellenantrieb. Bei diesem Auto dreht sich alles um das vollelektrische Fahren. Die eine Version ist ein Plug-in-Hybrid, wo wir nur noch 2,9 Liter pro 100 Kilometer Verbrauch haben, das heißt 68 Gramm CO2. Auf der anderen Seite ein vollelektrisches Fahrzeug mit einer integrierten Brennstoffzelle, an Bord 600 Kilometer, Reichweite und kürzeste Betankungszeiten. Das ist die Zukunft des Automobilen, Fahrens, Faszination und Verantwortung. Das Cockpit wurde an die zahlreichen technischen Innovationen angepasst. Es gibt ein Touchpad in der Mittelkonsole und eine Kamera, die Videobilder von der Hand des Benutzers am Touchpad aufnimmt. Die Hand wird transparent im Display über der Mittelkonsole dargestellt. Das Camp Touchpad erlaubt damit eine intuitive Steuerung von Klimatisierung, Telefon-, Audio- und Navigationssystemen. Mit dem F800 Style zeigt Mercedes-Benz die Zukunft des Premium-Automobils. Das heißt konkret, Effizienz trifft Eleganz, grüne Technologien und zukunftsorientiertes Design. Das ist das, was die Kunden von Mercedes-Benz in der Zukunft erwarten dürfen. Damit werden wir die Zukunft erfolgreich gestalten. Genau solche Kameras sind außerdem im Auto verbaut. Hier an Menschen nachgestellt, zeichnen sie auf, wie nah Personen oder Dinge sind und wie sie sich bewegen werden. Damit ist der niegelnagelneue Staufolgefahrassistent in der Lage, dem Vordermann auch in Kurven zu folgen. Gleichzeitig erkennt das System aber auch den Unterschied zwischen Kurvenfahren und Abbiegen. Biegt der Vordermann ab, wird man darauf aufmerksam gemacht, wieder selbst das Steuer zu übernehmen. Der F800 setzt aber nicht nur auf technische Innovationen, sondern präsentiert sich auch als Schoker, bei dem Designer ihre Träume ausleben durften. Die Frontansicht ist mit einer Variation des für sportliche Mercedes-Modelle typischen Kühlergrills ausgestattet. Das äußere Erscheinungsbild ist durch einen langen Radstand, kurze Karosserieüberhänge und einer fließenden Dachlinie geprägt. Und während die Vordertüren konventionell an der A-Säule angeschlagen sind, gleiten die hinteren beim Öffnen zurück. Damit wird Ein- und Aussteigen in engen Parklücken wesentlich leichter.